forever die strafe ist sollte ich verlieren muss ich ein glas milch mit knoblauch und salz trinken ist mir ein weiteres mal zu wenig meine freunde wenn ich verlieren sollte ist die strafe ein glas milch mit knoblauch salz pfeffer und ein ei ich lasse mich jetzt von ihm einladen wie gesagt drückt mir den daumen nach oben und ja jetzt gehts los let's go wo der isa kappa klaus johannes road to glory dumme schon wir mal sein team ok food birthday dummea die trap ori la cassette afra mega mega gefährliches team französisch mit dummea food birthday karte ich bin mega mega gespannt wie dieses match wird ich möchte ungeschlagen bleiben ich möchte diese strafe natürlich nicht machen parto fifa gegen johannes wünscht mir einfach viel glück viel pech mein freund ab gehts keine zeit zum nachdenken geben keine zeit zum nachdenken geben schuss oh mein gott du schaust es noch nicht vorbei und nein keine fehler loben oh mein gott freunde oh schön gemacht so ja passen wir einfach zu ihm passen wir zu ihm mega gut freunde er ist gut er schlagt sich wacker tapfer und wacker komm aber ich möchte natürlich als gewinner vom platz gehen freunde und jetzt modric modric oh mein gott machen wir sie wie immer rein in den strafen ball sperren ball sperren passen und oh mein fucking gott oh mein gott freunde jetzt auf nema komm nema komm ist gut ist gut rein und jetzt oh mein gott wir brauchen nur eine lösenes tor freunde eine lösenes tor jetzt nein komm zu jetzt money money komm 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 ran jawoll 0 zu 1 team of the group 0 zu 1 33 minute freunde ich hatte einfach schon viel zu viele chancen vergeben deswegen musste ich sweat man es tut mir leid aber freunde ich möchte unmissig bleiben egal wie oh meine fresse jetzt hat er mich alter sehen lassen vorzene wow hat er mega gut gemacht kein tor kein tor wow jetzt müsste das ein tor werden wow wow ja nur weil das das kimo nicht funktioniert hat dieser verfickte magidis bin 1 zu 1 wah ich könnte schon wieder kotzen ich könnte schon wieder kotzen momentan wirklich ich bin spielerisch absolut auf amateur niveau halbzeit meine freunde 1 zu 1 6 zu 5 und 5 zu 4 Torschüsse passgenauigkeit ja ich weiß nicht ich bin ich fühle mich einfach krisen geschüttelt und keine ahnung der friseurbesuch tut mir auch nicht gut guck mal wie ich aussehe wie der ärgste bananse auf jeden fall es muss etwas es muss eine lösung her Freunde ich werde jetzt alles geben komm 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 sehr gut und jetzt auf ningolan 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 1 zu 2 red im vorigen ningolan mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet Freunde ningolan den habe ich statt hazard eingewechselt 1 zu 2 sehr gut wir führen wieder erlösend jetzt alejandro gomez ich liebe ihn ich liebe diesen typen ich liebe diesen typen ich liebe diesen typen ich liebe diesen typen geile tor alejandro gomez unglaublich guckt euch an die wiederholung red im von dem belay schön gemacht einfach kurz gestoppt und bumm bumm freunde tram tor heftig 3 zu 1 oder 1 zu 3 so jetzt kann ich etwas beruhigter spielen Freunde sehr sehr gut ich glaube wir sind ein weiteres mal unbesiegt was mich sehr sehr stolz macht das ist meine serie Freunde ihr kennt das also ich bin so geil darauf einfach umgeschlagen zu sein obwohl wirklich meine spielerkrise ist so heftig aber wenn es drauf ankommt Freunde bin ich da hier so zurück und jetzt und jetzt und jetzt oh mein gott Freunde 1 zu 4 wenn es drauf ankommt in den videos bei bestraftem Pato ich gebe alles Freunde ich zeige mein ganzes Können 1 zu 4 super gut das war leider reingeschissen aber ich glaube dass es trotzdem ein Tor gewesen wäre sehr sehr gut 1 zu 4 so hier Alejandro Gomez weiter geht's Alejandro Gomez so schicken wir jetzt nehmen Alejandro Gomez ist so heftig Freunde er ist so heftig gleich ist es vorbei gleich ist es vorbei so und Alejandro Gomez was machen wir was machen wir so so oh mein gott haben wir noch eine Chance Freunde ja wir haben noch eine Möglichkeit wir haben noch eine Möglichkeit let's go Freunde 1 zu 5 doppelpack Team of the group sitchnehmer oder was wollte ich machen genau diesen hier puh hahaha was ist mit mir los oh mein gott 1 zu 5 Freunde sehr sehr geil und schöne Vorarbeit auf jeden Fall von Emily zack wieder in diese Ecke sehr gut gemacht Freunde sehr gut ohne Bart komme ich mir wirklich so nackt im Gesicht vor so vorbei meine Freunde 1 zu 5 gewonnen hat sich auf jeden Fall sehr sehr tapfer geschlagen der Johannes grüße auf jeden Fall auf diesem Wege hat mir mega mega Spaß gemacht und ich bin einfach froh diese Strafe nichts machen zu müssen und gleichzeitig immer noch ungeschlagen zu sein bei FIFA 17 bestraft im Part 2 9 4 9 4 9 4 sehr geil Neymar 2 Tore Nengolan und Gomez 1 Tor und Demi 2 Vorlagen 1 Vorlage Modric Gucken wir einmal noch die Statistik meine Freunde ja eindeutig 10 zu 8 und 6 zu 4 ich bilde mir jetzt an dass er nur noch einen Schuss gebracht hat passt keine Neuigkeit passt auch ich hoffe euch gefällt dieses Video ich hoffe ihr seid froh dass ich immer noch umgeschlagen bin ich wünsche euch noch einen schönen Tag meine Freunde alles Liebe Ciao Bye Bye Ciao Outro